ja mo mo leute euer seo hier und herzlich willkommen zurück zum let's play the asking pistes in der letzten folge und zwar im live stream gestern haben wir uns ein paar stelle rausgesucht wo wir aufs dach können wenn wir auf dem dach sind weiß ich noch nicht was wir da machen aber wir werden demnächst herausfinden vielleicht sogar heute ein bisschen glück naja wir müssen uns ganz viel holz organisieren deswegen gucke ich mal bei meinen kollegen ja mal leider nichts wir müssen vor oder so vollstoff mit irgendwelchen dingern das ist aber nett von dir ja ich bin doch schon hier dann ich werde untersucht egal ich habe da hübsche plastiktüte drin die können wir nichts ihr könnt mir nichts ich gehe sogar hin und guck nach wie sie reingucken meine guck doch ein tobias bist du die sau die wieder rein guckt ja guckt euch diesen penner an guckt euch diesen penner an ich glaub's nicht tobias was ist los mit dir du willst mich unbedingt kriegen ne ich hab das gefühl dass der tobias mich unbedingt kriegen will alle anderen geben sich die so viel mühe aber tobias tobias ist immer hinter mir her wir es macht den geilen scheiße damit da wollte ich mich gerade hinsetzen meist den koch raus apropos fallout boy mein lieber freund fallout boy du hast mir einen kommentar geschrieben dass ich ja unnütz im garten bin ich habe überlegt ach verdammt jetzt habe ich dich verloren ich hatte dich gerade auch mal im auge ich habe überlegt dass ich dir vielleicht deinen job kosten werde in dem ich dich zusammenschlagen werde während der arbeit ich kann dich ja noch finden du bist ja gärtner ne du bist ja gärtner mein freund wir wollen mal sehen wie kompetent du bist ich werde dich so was von rauskicken musste ich nur finden musste ich nur finden dann kriegst du erstmal schön aufs maul wo bist du wo bist du apropos wenn wir schon mal hier an der ecke sind ich brauche mein lila magazin und mein schoffel irgendwo nox fast killer atomic atomic bleib stehen ich habe etwas für dich du hast mich beauftragt ich habe es für dich gefunden so zack naja er hat es gemacht sehr schön bist du fallout boy alter fallout boy hier ist unkraut fallout boy ich habe hier unkraut für dich wo bist du es ist robin da läuft er oder nein das ist juck verdammt vorwegen du bist gut hier ist überall unkraut mach doch deinen scheiß job weißt du meckert mich an dass ich meinen job nicht richtig mache tja fallout boy anscheinend hast du deinen job verloren burrito mach den jetzt wer ist jetzt hier der kompetente habe ich dich rangekriegt ja da muss ich dich nicht zusammenschlagen so acht haben wir gesagt ne eins zwei drei eins zwei drei wir sind jetzt bei sechs da ist zwei stück noch übernehmen mal kurz die kelle dauert zwar ein bisschen länger als aber gratis aber dauert gar nicht so lange das geht richtig schnell danke für die kelle fallout boy du meinst du deinen job verloren hast irgendwas hast du wohl nicht richtig auf die reihe bekommen der staunste na komm den kriegen wir noch so wir haben alles erreicht was wir wollten gehen wir hier raus jetzt noch sechs nach oben und dann haben wir es ich glaube ich habe jemanden ich glaube ich habe einen Werther schon mal Dreck gegeben und bin aufgeflogen ich habe das Gefühl ich bin doch auf meinem Platz ja fallout boy ne ich gebe dir jetzt kein Dreck ich warte bis jemand umkippt und dann lege ich ihm Dreck ins Inventar na komm sei irgendwer offenbüpfig hier im Jat und Philipp ja ich habe vorgesorgt ihr kriegt mich nicht mehr an ihr kriegt mich nicht mehr an mach nachmittags frei perfekt wenn wir schon mal hier an der Ecke sind werde ich die Dusche besuchen so und wir müssen etwas Illegales gleich dahin legen ich weiß nicht wie kaputt die Schaufel ist ich hoffe ich muss keine Ersatzteile holen äh legen wir wir legen das hin äh hier war 6, 7, 8 hier müssten wir hoch ne wenn die jetzt mein Loch entdecken dann wäre das der Burner dann wäre das der Burner oh scheiße es wird nicht reichen oh sie haben das Loch entdeckt ähm das ist bitter das ist richtig bitter scheiße ok sie haben das Loch entdeckt shit 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 ok all mein Stuff ist weg wir haben alles fahnd noch an na oh Mist oh scheiße oh Gott mhm jetzt muss ich mir etwas überlegen zu überlegen scheiße man wie komme ich denn da hin wir brauchen den Schlüssel glaube ich kann doch nicht sein dass sie reingehen ok ich werde jetzt hier campen ich werde jetzt hier campen und warten und gucken ob da jemand reingeht das kann doch nicht sein dass die das Loch entdeckt haben es sei denn ich bin oh da liegt jemand ach followt boy wieder oh mit das nehme ich an mich und das nehme ich an mich ich hole deine Kleidung ach ok die haben ein Loch entdeckt Plan B wäre quasi hier nach hinten weißt du was wir buddeln uns bis hier nach hinten durch und dann am besten hier hinter diesen Kasten oder so ok Arbeit ok lasst uns campen gehen wir warten jetzt hier und gucken was passiert wieso haben die mein Loch gesehen geht da irgendjemand rein der geht rechts entlang da kommt noch einer und durch die Gitter durchgucken und durch die Gitter durchgucken wir buddeln uns einfach nach links ich vielleicht vielleicht sind wir ja hier raus gekommen oh gott bin ich blöd ich bin voll aus 8 nach links 6 nach oben oh gott wo sind wir raus gekommen 1 2 3 4 5 6 7 8 ich hab mich hier raus gebundelt an dieser Ecke oh gott ist das dämlich gott ist das dämlich Zero warum warum bist du so dämlich kann ich hier buddeln ohne dass mich jemand sieht guck mal ich buddel hier ja gut das sieht keiner oh ich bin so dämlich Leute oh gott oh ich fass es nicht oh ich hätte doch nach oben buddeln sollen ach das alles auf null alles auf null ich geh durch Bullshit und die Löffel bringen es überhaupt gar nicht die Löffel bringen das sowas von gar nicht ey aber ich hab das Gefühl dass sie unter der Erde effektiver sind bleib mal kurz stehen Cressy äh das Brecheisen könnten wir tatsächlich ganz gut gebrauchen halt Cressy warte weißt wir ne Spitzhacke brauchen oh Leute oh warum ha- nein hätte ich diese Folge im Livestream gemacht ihr hättet mich alle gewarnt ihr hättet mich alle gewarnt Zero 6 nach oben du Depp 6 nach oben aber nein nicht gestrieben das ist bitter oh gott bin ich dämlich ich dreh durch ich bin so dumm ich bin so dumm das ist nicht das ist abnormal das ist abnormal ich mein wir kommen sehr schnell an diese Stelle weil 8 nach links ist in Ordnung und wir brauchen neue Folie vor Ort bei uns Nox Bullshit einfach Bullshit ok suchen wir uns erstmal ein Tape um die Rüstung zu ich kann meine Dummheit gerade nicht fassen kann sie nicht fassen es ist so als als würde jemand anderes spielen jetzt kommt auch noch hier rein ja ist gut aber meine Zelle darf ich na komm Burrito äh Maxikraft meine ich Burrito ist ja unten ja das ist schon mal gut das ist schon mal gut wir versuchen einfach so viel Holz wie möglich zu horten jetzt ach Fallout Boy hat mal wieder nichts ach der Beutel ist noch da cool ich wurde schon so oft kontrolliert krass ok die Socken nehmen wir mit das nehmen wir mit das und das ich hab all mein Intellekt verloren ich dreh durch es ist einfach so bitter einfach so bitter ich hab nicht dran gedacht ich könnte jetzt den Sprecherstand laden aber das wäre unfair ihr habt mich erwischt Leute 1 zu 0 für euch die Wärter haben einen Punkt kassiert freut euch eures Lebens Feine jetzt ist nicht gut auch Holz ähm Mist jetzt brauch ich auch einen neuen Tritt einfach einen neuen Tritt ist doch nicht deren Ernst dass die mich ertappt haben ich ärgern ich ärgern mich gerade so zutiefst dass ich so doof bin und nicht nach oben gegraben habe ich ich hab sonst immer aufgepasst ich hab auf alles geachtet und dann da kommt so ein Scheiß eine Sekunde nicht aufgepasst weißt du eine einzige Sekunde äh ach ach komm wir brauchen mindestens 6 Metall wir werden 6 Metall bunkern 2 schaufeln und ähm den Rest werden wir verschenken was wir an Metall finden ich bin nicht zu viel von dem bunkern abendessen ich komm gleich ja ich komm jetzt gibt's wenigstens keine Löffel mehr und da war noch ein Löffel drin der Robin hortet Löffel das ist auch schon wieder wir nehmen mal die Löffel mit wenn wir gebrauchen und gehen wir zum abendessen ah ist das bitter hey Leute einfach verkackt verkackt ahm naja es ist es hat was positives heute und zwar ich habe meinen Xbox Elite Controller repariert wer Twitter besitzt der hat gesehen wie ich das Ding auseinander gebaut habe und äh wie das von innen aussieht es war einfach nur ein bisschen Dreck drin ok trainieren wir wir müssen auch noch ein bisschen Intelligenz aufbauen weil mit dem bisschen Intelligenz was wir jetzt noch haben äh werden wir nicht weit kommen was haben wir jetzt? 60 ich habe noch eine Intelligenz verloren während der Zeit wir brauchen insgesamt 80 Intelligenz um uns diese Rüstung zu basteln und wahrscheinlich auch äh für die Schaufel das heißt als nächstes nach dem Duschen werden wir oh da wird ja auch zusammen geschlagen sehr schön äh nicht gut äh nach dem Duschen werden wir also direkt nach unten gehen und uns unseres Lebens freuen wir brauchen übrigens noch zwei äh Pfeilen nein Viro du bist schon mal Enttäuschung und vorlord vorlord boy du wirst heute nur zusammen geschlagen hab ich das Gefühl und ich check das nicht und ich überleg auch noch warum haben die das gesehen da sind die doch gar nicht reingegangen und dann camp ich da und mitten beim Campen ist es mir aufgefallen da stand ich vor diesem Raum und man hat richtig meine Gehirnzellen denken hören und so als ich gemerkt habe scheiße ich hab vergessen nach oben zu bohren that's life bro ich geh mal lernen haut rein wir lernen siehst du Abend Freizeit hab ich's den Wertern gezeigt ihr meint ihr seid schlau gar nicht wahr gar nicht wahr ich frag mich wozu dieser Raum über uns gerade gilt der mit dem äh blauen Schloss da ist doch nichts ich mein ich könnte von da aus buddeln theoretisch ginge das aber wir haben ja die Küche also wenn die Xbox One Version nicht so verbuggt wäre mit der Brücke äh mit der äh mit der äh Küche das ist offensichtlich ein Xbox One Bug weil es auf dem PC das nicht gibt ähm dann würde ich quasi die Mauer da rechts neben der Tür aufmachen und dann ständig durch die Mauer gehen das lustige ist die falsche Mauer hat eine Haltbarkeit aber die Haltbarkeit geht nicht runter haben die wahrscheinlich eingeführt mit Haltbarkeit und haben gemerkt dass das ein bisschen zu schwer ist wenn man die Mauer jedes Mal setzen muss so die Flamme zwei noch ich mach noch vier sicherheitshalber noch ein bisschen was drauf äh weil wir während der Zeit ja dümmer werden man kennt das man ist im Knast man ist mit irgendwelchen komischen Idioten hier zusammen um meine Abonnenten zu beleidigen das kann ich gut Abonnenten beleidigen nein Spaß äh und äh da verliert man natürlich Intelligenz wenn man den ganzen Tag gegen eine Wand start in Einzelhaft was ich durchaus verdient habe ich glaub ich ehrlich ich hab mich schon wieder in Rage geredet ne 84 gut bauen wir unsere Rüstung aber vorher klauen wir noch ein bisschen wenn wir uns noch diese zwei Räume hoffen ok oh Viro du enttäuscht mich nicht du bist ein Guder du bist einer der besten Viro vielleicht zwei Sachen wenn wir jetzt hier was löss- äh finden lasse ich die Löffel hier ach hier hab ich die Löffel gefunden ah mein Holz ok bereiten wir uns vor äh somit haben wir sechs Stück Metall alles andere Metall was wir finden werden wir verhökern für äh Freundschaft so erstmal ein Schaft dann bauen wir uns einen Taufel dann nehmen wir das mit und nochmal ein Reparaturs natürlich Schaufel sehr schön wenn alles läuft dann läuft's außer das gleiche Zeit vorbei alles noch graben das ist wie ein Schlag ins Gesicht oh ich verbrauch nochmal schnell die Löffel dann halten sie nicht so wenn ich beim Appell nicht antrete werde ich übrigens gesucht und dann scheiße dann hab ich irgendwie zwei Minuten Zeit bevor ich gefasst werde und dann ist er am Arsch so was verkauft mir das Nox nichts Juck Holz ich hab noch genug für Holz und Burrito ah die Stufenleiter Dreck ok wir müssen wieder Geld sammeln äh Philipp Kressi hat mit seiner Neugier selbst nein ich schlag keine Leute das ist nicht gut ok Maxikraft lenkt die Werte ab für mich ab wenn wieder Abendessen ist weh dafür ich bin auf dem Zufall folgenden Armbanduhr verdammt ich hab irgendwo eine gesehen weiß aber nicht mehr wo oh ja oh ja prügelt euch perfekt naja zumindest ich krieg ne Waffe von Robin Robin ich krieg immer eine Waffe das ist vollkommen in Ordnung wie ich finde dann kann ich gleich nen Werther zusammenschlagen und ihm seine Waffe da ey Janne komm mal her cool danke haha direkt mal zwei Holz abgestaubt find ich gut so das Metall werden wir an jemanden verschenken ja ich bin doch schon hier Krapken hier nimm ein Stück Metall vollkommen gratis du mich auch alter du mich auch so macht man sich Freunde so macht man sich Freunde gut Leute das waren zwei Tage ich weiß heute ein bisschen kurz ähm aber ich muss dafür sorgen dass in den nächsten Tagen Videos kommen das heißt morgen wieder normale Zeit wenn ich dich geschnappt werde äh das ist quasi ne kleine Strafe nicht nur für mich sondern auch für für euch das ist die Folge kürzer wird wobei 19 Minuten ist schon verdammt lang wir sehen uns morgen zu einer neuen Folge wieder und dann äh alles nochmal von vorne haut rein euer Zero tschüss und denkt dran wenn euch die Folge gefallen hat ein Like nach oben das wäre perfekt haut rein euer Zero tschüss tschüss